keine sorge die youtube videos sind immer zusammenhängt also da braucht ihr euch keine gedanken die könnt ihr euch angucken ja das ist ein feind nein aua wichser vielleicht wenn der geist sich wieder auflöst und das vielen stirbt ich bleibe doch nicht stehen ich werde um ihn in die nächste ecke was seid denn hier ich habe schön euren boden geklaut war eine gute stelle anscheinend drei stück in so kurzer zeit ich werde angegriffen oder kommen wir gleich noch mehr mann oder das war weil wir drei leute sind und da ein leute aber auch um heute geklaut m nun gut gut ein deutschland aber das war nicht wahr aus Es muss ein Gangster-Rapper gewesen sein, ja. Nouveau-Douron! Nouveau-Douron! Ah, das wäre wahrscheinlich gleich tot. Unmöglich. Ich finde mal einen bösen Kleriker bei Navidad Nights 2 sehr lustig. Wie, äh... Wie der da... Ach, wie spoilere ich das? Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Also, ich habe einen Drachen schon erledigt. Nein, ich spoilere nix. Guckt euch das entgehen, das ist gut. Krass, ich habe gerade richtig was an die Fresse bekommen, bin tot. Du weißt ja, das ist gerade eben wieder gut aus. Ja, du bist, du hast ja auch... Du bist auch mitten in dem Bogenschuss von dem Feed stehen geblieben, ne? Ach, da war schon wieder einer? Ja. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ziel erfüllt. Wenn man nicht ausweicht, ne? Ja, wenn man es nicht sieht, dann kann man nicht ausweichen. Das ist so ein fetter roter Strahl, den siehst du. Ja, ich habe den aber echt nicht gesehen. Da war einfach nichts. Okay, jetzt da hin. Außer langsam habe ich den... Ah, Mann! ...dreh raus von diesem Schmand. Hallo! Mein Tiger ist festgeklebt. Hallo! Spring doch hier rüber, kleines... Nein! Da sind wieder diese Gangster. Royadio, der Unbezwingbare. Hallo! Weltboss! Over the Limit! Also bei dem Klerikerstand hier, der wahnsinnig nutzlos ist, wie ich immer sage und es auch betonen möchte, müsste der einfach nur zuschlagen und mein Kleriker ist im Himmel. Der schlägt mich einmal und dann bin ich schon in der neunten Hölle von Barthor. Zack! Ganz unten! Irgendwie sind hier keine Viecher mehr. Wenn es euch nicht kommt, ihr seid zurück! Wenn es euch nicht kommt, ihr seid zurück! Wenn es euch nicht kommt, ihr seid zurück! Ja, den kann man nehmen. Da ist ein hässlicher Golem noch zwischen. Wen nennst du hier hässlich? Oder wie der Golem so sagen würde, wen nennst du hier hässlich? Ich haute jetzt einfach mal. So sprechen Golems, ne? Ne. Nicht unbedingt. So sprechen Trolle. Wie ein trolle hab ich gerade gesprochen, oder wie ein Ogre, wie ein Ogre. Wie ein Ogre, genau. Ein Ogre? Ah, aber ich habe ihn verheert. Aber ich hab mich nicht geführt. Schresst du nicht, ist ja gemein. Dadadada dadada dll di della Da haben mich bloß doch einmal die anderen beiden zusammengekriegt, vielleicht weil wir beide angesprochen haben? Wahrscheinlich? Oha. ... Dom 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 Tom... ... dcm dcm dm dcm dm... So, fertig! Ah jetzt haben wir 10 Minuten Pause! Wenn ihr den Uncut-Stream sogar seht dann noch sogar noch länger vielleicht. Oh Fuuuck! ich habe mich einmal verklebt ich habe einmal die falsche attacke gemacht und dass er einen schritt näher rangegangen weil ich zu nahe dem gegner waren dann macht er seine angriffe so dass man nach dem gegner schlägt die machen die angriffe so nach dass man nach dem gegner schlägt erst dieses wo man hände werft wenn man zu nah dran ist dann schlägt man einfach anstatt die hände zu schmeißen ich weiß dass ich gar nicht normalerweise ist das so dass man die hände schmeißt wenn man da dritten wenn man zu nah zu dicht drin ist dann schlägt man anstatt die hände zu schmeißen das heißt man muss weiter weg sein dann schmeißt man die hände so hat sich das gerade angehört einfach getötet worden ja also in meinen rucksack habe ich gerne vergessen ich halte mich gerade so aufnehmen also ich habe auch ganz gerne im inventar 99 wurf hände dabei die machen auch ganz gut damit sind wurf hände plus eins besser nicht warum hier spürt die faust gott das ist alle haben er musste ich auch nicht und wie sie sehen sind sie nix ja mir fehlen noch zwei davon also es ist glaube ich noch lustiger anzusehen da rennt gerade einer da rennt einer ich habe gerade noch eine ganze horde mit angelockt oh da ist auch noch einer groß geworden ich lauf weg ja oh was ich bin fast tot und ich war am weglaufen der scheint stark zu sein oder die ich fand es echt cool wie gerade die pfeile auf der karte der eine fall ist noch unten ist dann ganz schnell umgedreht und der andere kann er genau auf den einfall dazu dann haben sie sich berührt da rennt einer oder? ne das lass einfach hier hin machen wir das einfach zuerst was denn? ja ja ich hab ein boot gefunden ja ja er hat den booten gefunden ihr seid bis dann weg Ja super Hast du ihn auch? Nein Wie denn? Keine Ahnung, okay Als ich dir entgegengekommen bin, dann bist du mir auch schon entgegengekommen Du warst schon erledigt Oh Gott, das sieht echt mies aus Der war wir doch schon mal Ja Und nicht umsonst, Elise Ja, bei Mike meint es sieht echt mies aus, aber das müsst ihr ja schon kennen Ne, das meinte ich aber nicht Ich meinte eigentlich die Altarmarkierung hinter dem Feuer, die ist eigentlich in der Wand total zerquetscht Das sollte um den Feuer rum sein, das haben sie aber nicht ganz richtig platzieren können anscheinend Ganz ehrlich bin mir immer noch nicht im klaren, ob der Chaos überhaupt was bringt Bin schon wieder auf dem Kurs, das wieder rückgängig zu machen und das mache ich jetzt auch Das ist doch immer sehr schön hier Guck mal, ich halte dich nicht Boah, dieser blöde Windwindhalle Ausgerechnet der schlimmste Fallen ist auch noch immun dagegen Ich halte dich nicht so effektiv ich habe gerade zwei und ich hast deine fähigkeit mal sinnvoll eingesetzt aber ja auch gesehen die sind schon runde geflogen und das sieht wirklich tödlich aus schade in ernst übernimmt aber das sagt cool aus ja eine gegnergruppe hast du glaube ich umsonst angegriffen diese blöden springer hier ja du hast hier nicht weit genug gestoßen ja hilfe aber wenn ich sie hier halte vielleicht mit der zeit rechtzeitig ab dass man wieder ich bin gestorben also nichts mehr festhalten ich kann ja zwei stück hast du besiegt ich finde dafür kann man schon mal sterben ein mal reicht aber auch ja so so hallo Guten Tag. Reagieren die überhaupt gar nicht. Der reagiert nicht. Die haben gar nicht reagiert auf meinen Angriff. Achso. Ich glaub, der ging jetzt leere. Nee, der eine wurde getroffen. Ja? Ja, ganz bisschen. Er hat auch nicht was von seinem Leben verloren. Ja, und kein Pfützer hab ich gesehen, ist weggegangen, aber mehr nicht. Ich hab gesehen, da ist ganz schön viel weggegangen. Für mich sah es aus, als wär's voll ins Leere gegangen. Er hat auch nur den getroffen. Der andere ist der Seite dort neben. Ja, die Großen. Aua. 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 Ja, irgendwie muss ich auch an Leben bleiben. Nein, der Gegner, nicht du. Aua. Warum weißt du denn immer aus? Oh ja, Schubsi, Schubsi. Das ist leider nicht tief genug. Er hat überlebt, scheiße. Natürlich, das ist nicht tief genug. Wir haben zwei Gegner in der Gegner dort. Geile Leistung. Hä hä, wer hat das nicht geschafft? Ja, wir sind hier hinterher gelaufen und haben die nächste Gruppe. Der kommt gar nicht gelockt. Ah, okay. Aua. 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 Ne, tot. Ähm, hier regeln die Gegner gar nicht. Die Jagddrache ist kein gültiges Tier. Offenbar sind die Hunden aufgeschlagen. Nach oben gelaufen. Aber... Sie sind auch zeitweise unten geblieben. Ne, also ich kann die alle angreifen. Die Hunden? Ne, die Hunden sind Gegner. Aber die sind gar nicht, wo du gerade bist. Ja, hier unten, da wo ich die Gegner runtergeschmissen habe. Jetzt bewegen sie sich. Super. Seine Bewegungsanimation war irgendwie kaputt. So, meiner ist weg. Ne, ich brauche sie nicht. Ich habe ihn gestumpt. Und da schiebt ihn? Was? Und da schiebt ihn? Ne, er ist gelaufen, während ich eine Stunner-Attacke gemacht habe und... Deswegen ist er nicht gelaufen, sondern geschoben worden. Ja. Ist ja geil. Eigentlich hätte er sich nicht weiter bewegen dürfen, aber er wurde anscheinend schon auf den neuen Platz berechnet oder sowas. Boah, Alter. Zwei musste ich runterschmeißen. Ja, aber da unten haben sie gestanden. Das ist gut. Ne, war nicht gut. Die haben auf einmal angefangen anzugreifen. Das hat mich überrascht. Ah, okay. Nein, das hat er... Also das, war nicht das Gleiche aus.